Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller setzt die Predigtreihe Chuzpe mit dem Thema Der Mut eines Beters fort. Beten Sie und vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie aus einer guten Vergangenheit in eine noch bessere Zukunft bringt. Sie gehen aus einer guten Vergangenheit in eine großartige Zukunft. Es liegt an uns zu vertrauen, zu glauben und zu beten. Durch unser mutiges Gebet werden wir sehen, was Gott tun kann. Ihr Gebet bewirkt einen Unterschied. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.